So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TripleX Medias. Ja, heute zeige ich mal wieder eine super tolle Webseite und zwar nennt sich die eUSB.de. Ja, auf dieser Seite kann man kostenlos Bilder hochladen. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, ja, ist doch nichts Besonderes. Doch, es ist was Besonderes, weil man für jedes Bild, was man hochladen, Punkte bekommt. Also, für jeden Aufruf kriegt man Punkte und das ist jeweils, also ein Punkt ist ein Loswert und diese Lose könnt ihr einsetzen, um Preise zu gewinnen. Ja, der Dienst ist noch ganz neu, vor einer Woche gestartet. Ja, das Ganze beruht auf einem REF-System wie bei den Paid-Mailern. Ja, also, es zeige ich mal, was ihr diesen Monat gewinnen könnt. Das ist jetzt ein Auszug von einem, äh, von einem Forum-Beitrag, ähm, von dem, den der Webseite, ähm, der Webmaster gemacht hat. Zudem bekommt ihr bei USB.de jedes Mal ein Punkt pro aufgerufene Datei, Bild. Diese Punkte könnt ihr setzen, könnt ihr setzen, um ein Gewinnspiel teilzunehmen. Aktuell bis Ende März 2010, zwei Amazon-Gutscheine im Wert von je 100 Euro. PS, neue User-Werbe ist auch erlaubt. Ihr bekommt 10% vom Umsatz in eUSB.de losen. 5 REF-Ebenen sind vorhanden. So, ja, ähm, also, ähm, ihr meldet euch ganz einfach an. Natürlich wäre es cool, wenn ihr euch über mich anmelden würdet, ob das ist das Falsche. Das ist hier mein REF-Link, ich habe noch keinen REF, aber egal. Hier ist mein REF-Link, der kommt aktuell in der Beschreibung. Ich bin der Werber 50, also noch nicht viele Leute angemeldet. Und, ja, ihr könnt natürlich auch überweisen und hier seht ihr auch die VIE-Vergütung, also, ähm, ihr könnt einfach bei meinen Dateien eure Bilder sehen und dann eure Minister ansehen. Ihr könnt euch ganz einfach anmelden und dann habt ihr einen Gigabyte Sprecherplatz zur Verfügung. Denken wir, das müsste vollkommen reichen für Bilder. Ja, ähm, ihr könnt GIF-Bilder hochladen, ihr könnt, ähm, JPEG-Bilder hochladen, dann könnt ihr PNG-Bilder hochladen, Bitmap und, äh, ZIP-Dateien, also ihr könnt auch Archive hochladen und natürlich alles kostenlos, wie es hier auch steht. Ja, gut, also, ähm, entweder könnt ihr das Ganze in einer Galerie hochladen oder ihr könnt, ähm, es auch privat stellen und man kann auch mehrere Sachen auf einmal uploaden, also, ja, man kann auch aus einem Link uploaden, also eine URL eingeben und dann kann man es uploaden. Die Galerie sieht, äh, nein, nicht ausloggen, das mache ich. Äh, ich logge mich schnell wieder ein, log in. Ja, also, ich melde doch ganz einfach an, ich heiße Triple X Medias, pass was eingespeichert, am besten Auto-Logging und dann müsst ihr da so einen Code eingeben. Ziri an, so, hoffe man, dass es jetzt richtig ist. Ja, ist richtig. Ja, also, ich kann euch die Website nur empfehlen, ich finde es super. Server ist schnell, Werbung gibt es kaum, außer hier jetzt, zum Beispiel können wir jetzt einfach mal auf das Bild hier gehen, ich habe einfach mal lange Wege gehabt und habe das Bild hier hochgeladen, dann, ähm, hat den Bezug geladen, habt, könnt ihr entweder Missbrauch melden, falls ihr von anderen das seht, oder, ja, dann habt ihr hier ein paar Links zur Auswahl, das ist jetzt der View-Link, das ist jetzt der hier, ja, ähm, glaubt, mit denen bekommt ihr auch die Punkte, also, die müsst ihr dann noch verschicken oder dadurch kriegt ihr die Punkte. Das ist dann der Direkt-Link, da wird dann nur das Bild angezeigt, soll ich jetzt mal eben, also, machen wir mal ein neuer Tab und einfügen und dann drücken wir Enter, wenn's jetzt geht, ja, und dann sehen wir das Bild so. Ja, also, auf jeden Fall, haben hier auch Codes fürs Forum, äh, ja, was vielleicht noch fehlt, ist eine Tweet-Funktion, also, dass man es direkt tweeten kann, also, man kann, ähm, zwar, dass hier die Website anbieten und so weiter, aber ich denke mir, das kommt noch, weil die Website ist ja erst eine Woche alt. Ja, also, ich denke mal, euch gefällt die Website, ich hoffe mal, und schaut mal vorbei, meinen Ref-Link findet ihr in der Beschreibung, wäre cool, wenn ihr euch über mich anmelden würdet, als, ähm, Dankeschön, dass ihr euch diese Website gezeigt habt, also, ich denke mal, ähm, zwei 100 Euro Amazon-Gutscheine ist doch ein, sind doch super Gewinne und, ja, ist doch ein FHQ und so weiter, da gibt's keine Haken, naja, gut, ihr dürft keine Porno, äh, Pornos hochladen oder keine Kosten natürlich auch nicht und Daten werden auch nicht weitergegeben, ja, gut, also, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, AGB sind dabei, also, was leider fehlt, ist noch Impressum, aber, es kommt bestimmt auch alles noch, wie gesagt, kostet nix, ihr habt, äh, kein, nichts zu verlieren, kein Risiko ist dabei, ihr könnt das Ganze privat stellen, und ja, soll es gewesen sein für diese Review, und, ja, ansonsten, abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten, euer Franz, euer TruexMedias, Haulagai Vielen Dank.